Noch keiner da? Ich bleib noch, bis die Party beginnt. Sie wollten uns bei unserer letzten Lieferung bezahlen. Ihr werdet bezahlt, wenn alles geliefert ist. Wo ist es? Wo ist was? Louis sagte, ihr bringt das Saxophon. Louis, ja? Louis wurde von den Cops erwischt. Er hat kein Saxophon. Ihr habt das Treffen organisiert. Nein, haben wir nicht. Wo ist unser Geld? Wo ist das Saxophon? Darren? Der Gönner aus dem Museum? Mischen wir die Party auf. Dann reden wir mit ihm. Ich sollte den ganzen Haufen einwickeln, bevor sie noch jemanden verletzen. Wir haben es gesagt, dass wir nicht mehr zahlen können. Wir arbeiten nicht gratis. Ich glaube, wir müssen zeigen, wie es uns geht. Mit unseren Käusern. Hey, Moment mal. Wir hätten dir von vornherein niemals Frauen sollen. Was treibst du überhaupt hier? Wenn du uns nicht bezahlst, klauen wir uns das Zeug zurück. Okay, okay. Das ist gut. Okay. Okay. Das war's. 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 Aber diese Dinge gehören dir nicht. Sie gehören dieser Gemeinschaft. Na los, Sir. Sie sind verhaftet. Diese Veranstaltung wäre ohne unsere wunderbare Kuratorin Angela und die Gemeinschaft nicht möglich gewesen. Unsere Zusammenarbeit, um die gestohlenen Gegenstände zurückzuholen, war einfach nur fantastisch. Okay, okay. Danke jedem Einzelnen von Sie, dass Sie helfen können. Und danke an unsere Stadträtin Rio Morales, ohne deren Beharrlichkeit das Event nicht möglich gewesen wäre. Rio wurde gewählt, um unserer Gemeinschaft zu helfen. Und ich würde sagen, das ist ein großartiger Anfang. Hey, hat wohl alles geklappt. Das Museum ist spitze. Es gibt so viel Musik, die ich jetzt hören will. Nicht wahr? Richtig inspirierend. Wollen wir morgen mal frühstücken? Erzähl ich dir von meinen Musikideen. Na klar. Ich seh mich jetzt noch etwas um. Ich seh mich jetzt noch etwas um. Ich sollte mich zu Ende umsehen, bevor ich mit Mario gehe. Niles! Ist es hier nicht toll? Ich muss gestehen, dass ich noch nie hier war. Aber nachdem ich vom Raubüberfall hörte, wollte ich mal vorbeikommen. Angeblich hat sich der Typ ja eingeredet, dass das Zeug rechtmäßig ihm gehört. Verrückt, was manche Leute sich einreden können. All das? Und sie war Geheimagentin im Kampf gegen die Nazis? Josephine Baker, mein Vorbild. Hey, Sie haben geholfen, das Saxophon zu finden? Ja, ich durfte es halten. Bert entlockte Wunder aus dem Metallteil. Mein Dad liebte Charlie Parker. Er wäre froh zu wissen, dass das Saxophon hier für alle zu sehen ist. Und sie womöglich zur Musik zurückführt. Musik ist Magie. Oh, wir hatten auf dich gehofft. Wow, deine Mom ist echt was Besonderes. Das ist sie. Kaum zu fassen, dass er sich als Spender ausgab und dann das Museum ausraubte. Gott sei Dank wurde er erwischt. Ganz genau. Das Zeug gehört hierher. Und nicht in das Penthouse eines Mannes, wo nur er es sehen kann. Angela, ich bin Miles, der Sohn von Stadträtin Morales. Miles, sie spricht die ganze Zeit von dir. Glückwunsch zur Ausstellung. Ich bin froh, dass es geklappt hat. Dank deiner Mom und Spider-Man natürlich. Puh, dieses Viertel kann froh sein, die beiden zu haben. Hey Miles, ich wollte mir mal das Saxophon an seinem rechtmäßigen Platz ansehen. Nur dank dir konnten wir das Saxophon wiederfinden. Ach nein, nicht wirklich. Das verdanken wir Spider-Man. Dem Typ. Nicht der Katze. Naja, das war halt Teamarbeit. Rolle deinem Spider-Man mal die Ohren für mich. Mach ich. Danke euch allen. Herzlichen Dank. Angela erzählt, das Museum hat eine Rekordzahl an neuen Mitgliedern. Ernsthaft? Alles wird gut. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft, Mann. Jetzt hör mal. Was, wenn wir uns nächstes Mal richtig zusammen tun? Ich mit eigenem Anzug? Ma! Vielleicht was Glitzerndes? Ma, stopp. Hör auf. Hör auf. Denk nicht dran. Tanz mit mir. Bring mir Salz dabei. Hör auf. Ohne dich. Naam. Tänk nicht raus. Wir haben die Zack-Bergänger in den Hör auf. Dienst! Dette. Die. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis bald, Leute Untertitelung des ZDF, 2020 Zeit für's Bett Zeit für's Bett Hat niemand gesehen, oder? Okay, ich sollte mich mal umsehen Ich schau nur mal kurz rein Was ist noch in dieser Basis? Die Netze können da helfen Weiß noch nicht, wo die Basis ist Noch ein Ansatz übrig Was ist noch nicht? Was ist noch für's? Was ist noch ein paar Literature? Oh, man! Was ist noch da? Was ist noch da? Du hast dich nicht mehr du hast auch hier und so? wie viele Die Spinnen wird uns nicht entkommen. Was ist los mit dir? Oh, hab ich dich. Oh, meine Verstärkung. Jemand ist hier angetrunken. Achtung, Jäger außer Gefecht. Das kam aus dem Nichts. Boom. Der letzte Ansatz. Ich muss da rein und... Mein Haarlem? Die werden bald sehen, dass ein neuer Shogun in der Stadt ist. Das ist die alte Schule, die meine Mom saniert haben will. Da ist ihre Basis. Jemand muss ihnen sagen, dass die Schule hier längst aus ist. Ja. 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 Wir haben gerade jede Menge Probleme. Haushohe Inflationen, nutzlose Regierungsvertreter und ein Land am Rande des größten Zusammenbruchs seit dem des Römischen Reiches. Aber unser schlimmstes Problem verbirgt sein Gesicht. Anscheinend versucht ein weiterer, maskierter Rächer sein unzulässiges Rechtsverständnis auf den Straßen durchzusetzen. Berichten zufolge ist der Lila gekleidet und macht bei illegalen Aktivitäten keine Gefangenen. Einige von ihnen haben kritisiert, dass die Spider-Men nicht weit genug gehen. Aber, und ich kann nicht glauben, dass ich das sage, das ist nicht ihre Zuständigkeit. Sie sollten gar nicht erst da draußen sein. Aber zumindest haben sie sich nicht zum Richter, geschworen oder Henker ernannt. Wir haben ein System für diese Leute. Wenn dieser neue Held wirklich das Gesetz durchsetzen wollte, wäre er bei der Polizei. Warum können sich manche Leute nicht an die Regeln halten? Das ist das Chaos, das die Spider-Man befeuert. Und der Grund, weshalb ich ein Wächter der Gesetze sein muss. Und jetzt die Werbung. Bereit, dich in der Jägerschule einzuschreiben? Wir gehen in meine Schule. Harte Schule des Lebens. Uff, das ist übel, Miles. Sorry. Das war Teil meines Spinnentrainings. Zumindest zahlen sich die Infos aus. Hier verbessern sie alle Waffen für ihre Fahrzeuge. In meinem Blog sicher nicht. Entsucht in meiner Schule. Es ist ein Waffen. Er ist daran, dass ich dich nicht so vielecmome. Wir machen kurzen Prozess mit den Spinnen, wenn wir hier fachig sind. Ich bin das Wartenleid. Du musst eine bemerkenswerte Jägerin sein. Das ist keine Jagd, sondern Routinearbeit. Sie ist eine so großartige Jägerin, die besser in Wolgoku an das Imperium regieren sollte, wie ihr gelandet habt. Wollt nur weiter. Dein Kopf wird meine nächste Truppe hier sein. Wir sollten längst auf der Jagd sein. Macht voran! Mit diesen Upgrades werden die Spinnen leichte Beute sein. Du siehst müde aus. Du siehst müde aus. Der Raum ist leer. Jetzt der Rest. Finde die Konsole und schalte die Geschütze aus. Noch zwei Geschütze übrig. Alles nur ein Traum. Ich bin der Rest. Das war's. Das ist ein Geger in dem Netz. Zum Glück bin ich nicht du. Ich wünsche eine geruhsame Nacht. Das ist nicht ein Glückstag. Das ist 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 ein Glückstag. Danke für deine Kooperation. Ich bin da! Hat niemand gesehen, oder? Wo ist die Versteckung? Ich bin da. Ich bin da. Laut der Basisdaten von den Ansätzen ist hier noch ein anderer Raum. Vielleicht finden wir weitere Infos zu den Jägern. Ah, damit kann ich arbeiten. Mal sehen. Oh, eine verschlüsselte Datei. Sascha. Lass ab von dieser Obsession. Komm zurück zu mir, solange uns noch Zeit bleibt. Unsere Zeit ist vorbei, Geliebter. Und deine Kinder? Sie werden andere bluten lassen, um unser Imperium zu übernehmen. Die Jungen müssen sich ihren Platz erstreiten, wie alle anderen. Sie werden Michels Hindernis ansehen. Dann musst du zuerst zuschlagen. Cravens Familie? Die hören sich cool an. Könnte irgendwann Ärger geben. Dann sollten wir uns um all ihre Basen kümmern, falls sie auftauchen. Nichts, ich habe eine Fähne rausgenommen. Dann solltest du dir die Rize nichtellen. Ich mache die Yen-Küßung, dass du dich schäuert, nicht, als sie in einem Schrauert bekommen. Ich mache die Fähne raus. Ich mache die Jenseite auf die Reize. 傾belle, wenn ich in einer Schrauert bin, dann schrauze ich mich. Sie dieses Zuhause, waren alle Zellen. Ich habe also bis zuerstragen cuando ich noch nicht. Ich kann fragen. Ich habe noch ein oder? Ich habe noch zwei Rize. Das war's. Oh, wow. Beeindruckend. Licht aus. Da war was. Nicht ein Glückstag. Leider nix. Da ist es wieder. Alles nur ein Traum. Hier ist nichts. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Einen Jäger hat's erwischt. Geh schlafen. Geh hier einfach schlafen. Das war's. Oh, erwischt. Geh hier. Oh. 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 Schön. Mal sehen, was hier sonst noch ist. Wir brauchen hier die Go-Karte. Vielleicht kannst du mir etwas verraten. Oh. 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 Oh Mist. Ich schalte lieber das Relais aus, wenn keine Verstärkung kommen soll. Es sind zwei weitere Ansitz-Signale. Ich muss die anderen Ansätze durchsuchen, bis ich weiß, wo die Basis ist. Hallo liebe Leute, was gibt's Neues? Ich hab heute die... Wo kann ein Spinnentyp wie ich hier an Informationen kommen? Was ist Ihr Leben? Die Jagd auf Tiere oder Menschen? Tiere sind zuverlässig. Menschen enttäuschen. Aber wenn man hinter jemandem roten hält, jemanden der weiß, was er tot und wie man sich fehlt, dann werden Menschen nie langweilig. Das ist besonders. Was ist das? 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 Ich werde dir das rid hating. Dass ich auch den ordentliche geworben hat. Dessert sichete viel wie möglich. Tschüsse Träume. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, hab ich dich. Feuer frei! Es ist der Junge! Verstärkung? Echt jetzt? Allein werd ich dir nicht mit zu fertig? Was? Vorsicht, Netze! Ab hier geht alles glatt. Ich brauch nur ein paar Infos. Du hast bestimmt genau das, wonach ich suche. Was haben Sie noch in dieser Basis? Ein Raum mit Panzerfäusten? Die brauch ich nicht. Sollte ihn lieber zunetzen. Zwei Ansätze geschafft. Hoffentlich finde ich beim letzten den Standort der Basis. Zwei Ansätze. Zwei Ansätze. Zwei Ansätze. Zwei Ansätze. Das war's für heute. Das wird gehen. Die Tochter meines besten Freundes hat das gemalt. Sie hat mir eine Skizze gezeigt, bevor sie losgelegt hat. Was wäre New York ohne seine Menschen? Das war's für heute. Die Jäger kriegen eine Lieferung! Von was? Man könnte sich alles anzuschauen, wenn man es richtig macht. Waffen, Bestien, Notsorge, wenn es sein muss. Bei manchen Jagen braucht man eben die richtige Art von Köder. Für sie schon. Für uns kommt es aber nur drauf an, Druck an den richtigen Stellen auszunehmen. Nicht ein Glückstag. Hey, steh auf! Es gab einen Angriff! Was? 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 Garnatan! 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 Ah, Ich komm' später wieder. Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020